Ich bin so was von gespannt auf dieses Spiel, ich hab's noch nicht angezockt und ich werde es mit euch jetzt blind anspielen. Komplett blind und ich bin gespannt, was mich oder euch dabei erwartet. Wollen wir mal schauen, was die Einstellungen so zu Tage bringen? Gut, Untertitel an, aus, alles klar, diverse Soundeinstellungen, die einzelnen Episoden, ja, die kann man dann kaufen. Und aber jetzt sind wir gerade noch nicht daran interessiert und außerdem kommen die erst noch. Okay, sind insgesamt 5 Stück und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal anfangen. Und ich bin gespannt, was passiert. Neues Spiel. Let's go. Alles klar. Episode 1, ein neuer Tag. Schauen wir mal, wie neu der ist. Ja, 3,99 Euro im App Store, by the way. Okay, also jede Entscheidung, die ich mache, wird wahrscheinlich die Handlung verändern. Jetzt mal schauen. Amen. Leute, ich würde einfach mal ein bisschen leiser machen, sorry. Okay. Well, I reckon you didn't do it then. Ähm... Scheiße, ich hätte die Untertitel doch noch machen sollen. Why do you say that? I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the... I didn't do it. Sorry, Leute, ganz kurz. Ich brauche die Untertitel. Weil dieser Ami-Akzent mir nicht so liegt. Ähm, auf jeden Fall gefährliche Leute im Knast, bla bla bla. Und... ah, scheiße. Because guys in your position already said it enough. Okay, alles klar. So ist es doch schon viel besser. So, you can touch and drag to look around when the arrows appear, okay. Alles klar. Also, ihr seht, wohin ich hinfahre, wohin ich hintippe. Und... ähm... Jetzt soll ich wieder diesen Punkt hier berühren und mit dem Polizisten... wieder mit ihm zu drehen. Ähm, da bin ich doch mal... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Was das alles important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Got on the sixth year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Okay, I have to say that this is very funny. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you sit. And then before long he starts kicking the back of the seat. Like a fussy baby on an airplane. I tell him he's gotta stop. That's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all these options, he starts crying out for his mama. Oh my god, he's got a crazy lamp flash. No. Man? Not even close. They caught the fucker red handed. Stabbing his wife. Cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. That he actually believed it himself. It goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Okay. Endlich geht's los. Sah mir auch schon wie ein Zombie aus. War aber sehr gut gemacht. Also was ich sagen wollte, die Grafik kommt sehr gut mit dem Comic Look. Und das Spiel scheint wirklich sehr gut gemacht zu sein. So. Jetzt schauen wir mal was hier abgeht. Wie gesagt Leute, ich zocke das jetzt blind. Ich habe keinen Plan. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal verwecke. Jetzt schauen wir einfach mal. Oh shit. Thirsty. Ow. Fuck. My leg. Oh shit. Okay. Okay. Schauen wir mal. Alles klar. Hey. Hey Officer. Are you alright? I'm still cut back here. Okay. Bringt alles nix. Ähm. Was ist das? Was ist das? Okay. Da geht nix. Aber die Scheibe können wir hier bestimmt eintreten. Nochmal. Und nochmal. Oh man. Also raus mit dir. Ich spüre mich aus dem Fenster heraus. Ich spüre mich aus dem Fenster heraus. Huh. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auf YouTube auch so rüberkommt, aber Leute, ich schwöre es euch, die Grafik ist richtig geil. Die Grafik ist übertrieben geil. Okay, das heißt, wir schauen uns hier schon mal um. Okay. Erstmal die Pumpgang nehmen, wäre jetzt für mich die plausibelste Sache. Okay. Ich mache hier eine Shotgun-Patrone. Ich nehme die Pumpgang wieder auf. Hallo. Kann man die hier nicht irgendwie... Schlüssel. Okay. Okay. Keine gute Aktion, sage ich mal. So, auf ein neues, würde ich sagen. Ah, Steuerung ist auch richtig geil gemacht, also das Spiel ist echt cool. Oha. Okay. 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 Ich muss die Pumpgang nehmen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ja, das war spannend. Das war jetzt wirklich cool. Okay. 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 Jetzt komm mal auf, Junge, dann? Ja. Auf, Junge. Das war's für heute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend gemacht. Ja, wurde zwischengespeichert. Ich weiß nicht mehr, wie lange es weitergeht. Ich weiß nur noch, dass ich eine Minute nur noch habe, um ein Fazit rauszuziehen. Und zwar will ich euch sagen, dieses Spiel lohnt sich wirklich. 3,99 Euro. Was ich euch aber nicht sagen kann ist, also ihr wisst, diese Episoden, die weiteren Episoden, die folgen werden, werden durch In-App-Käufe getätigt. Und ich weiß nicht, in welchem Preisbereich die liegen. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie lange so eine Episode geht. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, gebe ich sie euch gerne. Ich zocke jetzt hier auf jeden Fall mal direkt weiter und hoffe, ihr konntet jetzt hier einen kleinen Einblick geben. Ja, in dem Fall wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Dem, wo es holt, bitte auch mal kommentieren, wie ihr das findet. Ja, und ich würde vorschlagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock auf mehr habt, mache ich natürlich hier ein komplettes Let's Play. Und einfach mal Bescheid geben. Core Gaming VS. Let's Play. Let's Go. Haut da rein.